Ich habe einen Termin beim Zahnarzt. Ich will aber nicht dahin. Mia, bist du fertig? Wir müssen los! Oh nein, Papa ruft mich. Ich habe eine Idee. Ich tue so, als ob ich schlafe. Mia! Der Termin ist gleich! Ich glaube, Papa kommt. Ich muss meine Augen schließen. Mia, hörst du mich nicht? Es ist immer dasselbe mit ihr. Er kommt. Ich glaube es nicht. Mia schläft. Mia, wir müssen zum Zahnarzt! Bloß nicht bewegen, Mia. Hallo, steh auf, Mia! Der Zahnarzt wartet! Der Zahnarzt kann mich mal. Dein Zahn muss gezogen werden! Niemand wird meinen Zahn ziehen. Jetzt reicht es mir! Mia! Hä? Was ist los? Steh sofort auf! Warum denn? Wir müssen zum Zahnarzt! Hast du das vergessen? Ja, habe ich. Gute Nacht! Was für gute Nacht! Wir haben 13 Uhr mittags! Lass mich in Ruhe! Reiz mich nicht, Mia! Jetzt steh auf! Nö! Wie, nö! Unser Termin ist aber gleich! Mir egal! Gute Nacht! Machst du Witze? Hallo, Mia! Ich kann es nicht glauben! Na, warte ab, Fräulein! Endlich ist er weg! Da ist der Gartenschuppen! Das wirst du bereuen, Mia! Was machst du da? Ich mache dich nass! Aber warum? Damit du endlich aufstehst! Ich habe aber Angst vor dem Zahnarzt! Das ist mir egal! Steh jetzt auf! Ist ja gut! Trockne dich ab und komm nach unten! Wir müssen uns beeilen! Ich will aber nicht! Es reicht mir! Mia! Du bist in einer Minute unten! Sonst gibt es richtig Ärger! Ist ja gut! Schrei nicht so! Jetzt hast du noch 50 Sekunden! Ich muss mir etwas anderes überlegen! Ich muss verhindern, dass mein Zahn gezogen wird! Das tut bestimmt voll weh! Noch 30 Sekunden, Mia! Oh, ich muss mich beeilen! Sonst rastet Papa aus! Ich habe noch 20 Sekunden! Ich glaube, ich gebe mir Hausarrest! Ich komme! Ich habe es rechtzeitig geschafft! Ja, gerade noch so! Jetzt steig ins Auto! Bitte tu mir das nicht an! Das ist wichtig für dich! Steig ein! Unser Termin war vor zwei Minuten! Kommen wir dann noch dran? Bestimmt! Jetzt steig ins Auto! Ist ja gut! Mia macht mich verrückt! Ich habe einen Plan! Das wird bestimmt funktionieren! Ist alles in Ordnung? Nein! Mein Bauch tut weh! Du musst aber häufig pupsen! Ja! Hast du Bohnen gegessen? Nein! Es tut so weh! Tut es wirklich sehr weh? Ja, sehr! Die haben bestimmt eine Toilette in der Zahnarztpraxis! Da kannst du AA machen! Oh nein! Es funktioniert nicht! Ich halte es nicht aus! Soll ich kurz anhalten? Dann kannst du AA auf der Straße machen! Nein! Das wäre voll peinlich! Steig aus! Hier kannst du AA machen! Nein! Wie peinlich! Fahr weiter! Dann halte es aus, bis wir da sind! Dauert es noch lange? Nein! Wir sind jetzt da! Verdammt! Mein Plan hat nicht funktioniert! Ich muss mir etwas anderes ausdenken! Wir sind da! Unser Termin war vor 6 Minuten! Was stimmt nicht mit Mia? 10 Sekunden später! Wir gehen rein! Na gut! Ich muss entkommen! Kommst du bitte? Wage es nicht wieder wegzulaufen! Ich halte es nicht mehr aus! Mia! 15 Sekunden später! Wenn du noch einmal abhaust, darfst du Nico nicht mehr sehen! Du bist ganz schön gemein! Und du bist ein kleines Monster! Wir sind 10 Minuten zu spät! Ist doch gut! Was ist daran gut? Jetzt komm mit rein! Ja! Komm doch endlich! Wegen dir! Wegen dir sind wir 10 Minuten zu spät! Wie bitte? Ja! Du bist schuld, dass wir zu spät sind! Wie immer! Beruhige dich, Paul! Gleich ist es vorbei! Hallo! Wie kann ich Ihnen helfen? Wir haben einen Termin! Ja! Mein Papa bekommt seinen Zahn gezogen! Du meinst, dein Zahn wird gezogen, Mia! Äh, ja, mein Fehler! Wir haben auf dich gewartet, Mia! Ja, mein Vater hat verschlafen! Ich verstehe! Meine Tochter lügt mal gerne! Sie können in Raum 2 gehen! Dr. Kunt kommt gleich zu Ihnen! Alles klar! Danke! Macht sie das öfter? Ja, ich bin es schon gewohnt! 20 Sekunden später! Da bist du ja wieder, Mia! Ja, leider! Komm, Mia! Wir gehen in Raum 2! Okay! Ich freue mich! Ein seltsames Mädchen! Warum tust du mir das an? Es ist zu deinem Besten! Nein, ich werde hier sterben! Sag Nico, dass ich ihn liebe! Das werde ich nicht! Stell dich nicht so an, Mia! Oh nein, da kommt der Doktor! Hallo, du musst Mia sein! Nein, ich bin Laura! Lass den Unsinn, Mia! Ich habe schon gehört, dass du Angst hast! Nein, mein Papa hat Angst, dass mir etwas passiert! Wir sollten das hier verschieben! Nein, bitte ziehen Sie Mias Zahn! Das werde ich machen! Erstmal muss ich deinen Mund mit dieser Spritze betäuben! Bist du verrückt? Ich rufe die Polizei! Halt still! Geh weg von mir! Beweg dich nicht, Mia! Aua! Jetzt ist dein Zahn dran! Oh nein! Geh weg damit! Mach deinen Mund auf! Du Verrückter! Ich zeige dich an! Ich erlaube es! Das ist wichtig für dich, Mia! Genug geübt! Nein, das ist mein Zahn! Er ist mein Freund! Sag tschüss zu deinem Zahn! Das war's schon! Ich werde dich und deine Familie finden! Warte ab! Was war das denn? Muss ich Angst haben? Äh, nein, keine Sorge! Der Doktor tut mir jetzt schon leid! Meine Rache wird schlimm! Das wirst du bereuen, Doktor Kund! Gebt einen Daumen hoch und klickt auf dieses Video, um noch mehr Deutsch zu lernen!